Moin! Hör doch mal auf! Oh, endlich! Gott, Zeitwitz! Ja, ich brauch jetzt mein Flugfeld. Ja, sollte einer gleich mal sammeln gehen, hm? Ich brauch nämlich Kohl! Oh, hier ist der Grillkohl! Mach damit, was du willst! So, Flugfeld. Nee, nicht stopp. Ja, eins, greif mal an bitte. Äh, ja. Glaub ich hab's mir grad gründlich verkackt, mal bitte. Ich brauch besser mal einen Panzerwechsel. Äh, nein. Nein! Komm schon! Komm schon! Bitte! So, greif mal an hier! Ist schon halber kaputt hier! Äh, was soll denn der Müll? Ja, Sir! Ja, Sir! Pfff, der war knapp! Sofort! Der war echt mal sau knapp! Und größer verbrannt! Und größer verbrannt! Äh, guck mal! Ich hab nen Techniker, der hat ne Gewehr! Äh, ne Gewehr! Konstruktionen abgeschlossen! Ja, Jungs, da kommt der mit ne Gewehr, ne? Ja, Sir! Bereit zum Einsatz! Pfff! Das war ein klein bisschen knapp. Aber sonst alles im grün-gelben Bereich. Im rot-roten Bereich. Was soll ich denn? Ha, aha! So, jetzt bauen wir erstmal ne U-Boot-Werft. Und Mammut-Panzer. Und U-Boote. Und Atz. Atz! Ich baue jetzt Atz. Ja, ich kann sogar Atz bauen. So gut bin ich. Neue Bobs hier. Dann bauen wir die doch mal, du? Äh, brauche ich Flarak-Kack-Stellung? Ich weiß nicht. Brauche ich die hier schon? Gute Frage. Ist das jetzt 11-B? Das schreibe ich mal. Ich würde immer noch nicht zurecht schreiben. Ah, jetzt wird's langsam. Was, Nollen? Boah, leck mich! Hör auf, mich anzugreifen! Das ist böse! Honk anzugreifen ist rassistisch. Wait! Die krieg ich so klein! Ja, war klar. Greif mal hier an! Greif an! Ja, Sir! Ja, Sir! Sieh hier! Sofort! Ja, Sir! In Ordnung! Ja, Sir! Bestätig! Bestätig! Zwei können gleich da oben bleiben. Das bringt eh nix. Ja, Sir! Ich mach mal die Tesla-Schwule schon wieder kaputt! Das ist doch Rassismus! Hör auf damit! Bauch'n Mammutpanzer! Wird gebaut! Erwartet ihr! In Ordnung! Wird gebaut! Ja, Sir! In Ordnung! In Ordnung! Konstruktion abgeschlossen! Wird gebaut! Oh, gleich noch eine! So, da war irgendwas bereit! Ziel wählen! Ja, die haben jetzt eh Tarn-Generatoren auf der Mission wieder, ne? Hö, hö! Konstruktion abgeschlossen! Welches wird das denn da stellen?! Ich kenne den Sinn nicht ganz aber, Ausrutsch! Möp, möp, möho! Ist es irgendwas bereit, dann bauen wir! Ja, Sir! Ich aufmer! So. Wir brauchen noch viel, viel mehr Anheiten. Und noch ein paar Tesla-Spulen. Ein paar atomgetriebene Raketen-Chats. Und dann wird alles gut. Ja, ja, ja. Genau. Das ist genau so, wie ich sage. Was ist denn da los? Oh, nein. Och, nee. Jetzt kommen die... Das ist doch unfair hoch 10. Was soll denn der Dreck hier? Okay. Alle, die sind immer aus allen Richtungen gekommen. Werkstatt. So, jetzt muss ich noch eine Werkstatt bauen, ob ich Minenlega bauen kann. Ach, kriegt mich doch. Mir geht ja gerade schon wieder das Erz aus, oder wie sehe ich das? Das Spionage-Flugzeug ist wohl da oben. So. Oder ist er noch mehr Ernst? So, das schicke ich mal da hin. Ja, wir stellen das Ding mal da hin. Ich baue noch ein U-Boot. Es ist doch einfach nur der helle Wahnsinn. Aber wenigstens ist viel Ärzte. Das ist eh gleich alles weg. So, Mammut-Panzer bauen. Großkraftwerk bauen. U-Boot bauen. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn jetzt... Ah, da ist er, ja. Unzureichende Finanzmittel. Denn das ist auch unzureichende Finanzmittel. Ja, ja, Sir. Nicht gegenseitig versenken, wenn möglich. So, also wie muss ich da hinstellen? Warum ist da schon wieder ein Transporter? Was soll der Müll? Ah, da kann man so viele Minen niederlegen. Wir bauen neues Unwohl. Oh, ich hab kein Geld. Irgendwas bringt den Strand zu. Wir stellen fest, ich muss da mal oben mal aufräumen. Was? Wo? Wie? Wann? Was soll der schrutteln? Das geht doch nicht. Das könnt ihr jetzt nicht bringen, Jungs. Hallo, greift ihr den mal an? Nein! Macht endlich diesen Scheiß. Ich muss jetzt Kreuz nochmal platt. Marine einheit verlöhnen. Ja, Sir. Der Kreuz lebt ja immer noch. Was macht denn ihr? Ja, Sir. In Ordnung, ständig. Marine einheit, hallo. Nein! Das da will ich bauen. Ja, Sir. Wir einsatz in Ordnung. So, einstellen sie mal dahin. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich glaube schon. Ich muss den neuen U-Boothafen bauen. Verdammt doch mal. Wo kommen die denn her? Na, der andere schießt mal wegen des Land. Ist das im Kontinent versinkt? Was? Nein! Kommt doch mal! Verpisst euch doch endlich! Ich muss den Stand doch mal mieten! Los, Panzer! Blaschen! Oh, bleib denn hier! Mann, 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 Mann. So, Die Diagonale! Hierhin. Die Miene, Miene, Miene! Schatz. Gebot. Super. Können die nicht da stehen lassen. Jetzt müssen wir hoch an die Front. Ich brauch verdammt nochmal. Mehr Panzer! Ich hasse es, unter Radar spielen zu müssen. Jetzt soll ich da mal zwei, drei Tesla-Spuren noch hinstellen. Hallo, fährst du da mal rein? Gott. Fährst du mal fertig, du Kack-Ding da? Bei der Gelegenheit. Ich hab besser gleich noch ein Großkraftwerk. Und was macht ihr denn da für Späße? Ihr habt wieder ohne mich Spaß. Verdammte Mistkerle. So. Ich denk mal, danach hab ich genug Minen gelegt. Bestätigt! Wenn nicht, ich hab gespeichert. Apropos, da war doch... ...alles mögliche bereit. Minage-Flugzeug bereit. Ziel wählen. Ziel wählen. Unzureichende Finanzmittel. Leck mich so am Arsch. Verstärkungen sind eingetroffen. Ziel wählen. Einheit bereit. Oh Gott, ist da viel Erz. Da war noch eine. Ja, Sir. Jawohl. Ja, Sir. So, hier hab ich auch eine gelegt. Gut. Bestätigt! Ne, nicht hier. Hier. Mach so klar. Leg mal noch ein paar hier hin. Bestätigt! 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 Einheit bereit. Ja, immer mehr bauen. Nur nicht aufhören. Der darf nur nicht aufhören, noch mehr Einheiten zu bauen. Wenn wir noch mehr Einheiten haben, muss man auch mehr bauen. Jawohl! Einheit bereit. Dann hat man zumindest theoretisch die Chance zu gewinnen. Jawohl! Wie viele Sammler habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5... 5? Was? 1, 2, 3, 4... Wieso habe ich nur 5 Sammler? Ich kann ein Wunder sie kackt Geld haben. Osch, osch, begosch, gosch. So, was ist denn noch so? Muss ich da so ein Spotter bauen? Glaube schon. Oh, leck mich doch so am Arsch. Soll den jetzt so schnell da so raufkommen? Ja, Sir! Ja, Sir! So lange mein Sammler jetzt nicht über die Brücke fahren, ist alles noch in Ordnung, aber wenn sie das tun, ne? Dann war da mal ne Brücke. Melde mich wieder wohl. In Ordnung. Jawohl! Gibt es mir erzählen, dass da oben ein riesenlanger Streifen macht nichts aus. Oh, ich komm da gar nicht rüber so. Richtig, ich komm da so nicht rüber. Wird gebaut. Ziel wählen. Ja, Sir! In Ordnung. Da hinten hört ich Ding auf die Insel. Einheit bereit. Wir können ja natürlich auch da unten sammeln. Wird gebaut. Gestoppt. Einh, das bringt's an nicht, wenn ich da einen Einzelnen baue. Ihr Einsatzfahrzeug, der auf! aber ich hab ja noch euch fällt mir grad so auf so rein zufällig fällt mir auf dass ich da noch Einheiten hab so komm ich damit denn da irgendwie hinauf? schauen wir doch mal die Sammler schon fertig warum hab ich nen leichten Panzer gebaut? nen leichten Panzer warum fahrt ihr alle so weiter hinauf? erwarte ihre Befehle, bestätigen Sie in Ordnung ja das geht, das geht, das geht gut, gut, gut sehr schön, dass Sache das du lebst noch und du gehst noch richtig gut sieh mal wieder die kreuzere Alliierten taugen gar nix ja und ich muss definitiv Transporter bauen später noch was denn nur mit meinem Sammler na so, geh mal sammeln baut mir noch ein U-Boot und das da und hier noch und da noch und in Ordnung, ja doch, ja es geht so, mach weiter da ist sauviel Erz noch Mineralien mein ich das ist schon wieder oben wo kann ich den da anlanden? da verdammt, ich kann den boah das ist doch nicht wahr, oder? die werden gleich mal voll abradiert das sind da auch noch Panzer, ich glaub es nennt so nimmer naja ich hab ja Infanterie und der kreuzere ist schon mal mit irgendwas anderem beschäftigt immer schön auf die Karte achten nicht dass da noch irgendwelche Dinge passieren, die da nicht passieren sollen in Ordnung oh, sie kommen mit einer Einheit da runtergelaufen mit einer Ganzen mit einer Ganzen mit einer Ganzen ja ich glaub die muss ich dann auch mal platt machen, weil das bei den Kreuzern geht so gar nicht da hat wohl jemand ein wenig Angst ja, Sir in Ordnung so, jetzt hoffe ich einfach mal, dass unterwegs kann ich wo willst du denn hin, Jung? ich wüsste jetzt echt gern, wo du hin willst ich fürchte es, ich hab's befürchtet der will hier irgendwo ausladen, oder? ja ja so, da sind wir noch eins und dann bau noch eins ja das ist jetzt ich bin grad mal total auf den Sack ja ja bist du jetzt schon da rauf geflogen, oder wie? ja 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 bau ja ja wir haben den leichten Panzer gekillt ja 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 boah was ist denn jetzt los? Hier buggt irgendwas. Also irgendwas buggt hier gerade. Sie haben total einfach mal Infanterie gekillt mit Panzer. Irgendwas passt hier nicht. Bist du denn sechst? Bleibst du denn? Bist du überhaupt schon an den Lauf geflogen oder? Triffst du denn einfach nicht? Der macht zu super viel Schaden sechst. Triffst du denn überhaupt was? Nicht so wirklich, sechst. Soll er vielleicht noch ein paar Einheiten bauen? Och, Blödsinn. So, hier ungefähr sind die angelandet. Sehr schön zu sehen an den Kader und so. Hallo. Ach und hier lasst du ihn jetzt einfach mal da vorbeifahren oder wie sehe ich das? So sage ich schon gar nichts mehr. Was hängt er denn heute noch mal? Na endlich. Oh, ja, Sir. Jawoll. Oh. Schon wieder? Das Ding ist so oft bereit, das ist pervers. Einheit bereit. Ziel wählen. Verstärkungen sind eingetroffen. Ziel wählen. Ah nein, ich hätte nicht... Ach. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Naja. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Mein Kampfcheck kriegt ihn schon klein. Bereit in Ordnung. Der macht das schon. Einheit bereit. So in fünf, sechs Jahren. Haha, jetzt sei der Tod. Ey, nicht wegfahren. Weigenschweine. Wirklich gut ist mein Ding. Denkst dann doch mehr bockern. Äh, die wäre ums lang. Oh, ich hab den Tagrennerado gefunden. Einheit bereit. Bestätigt. Wird gebaut. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Mine legen. In Ordnung. Sieht doch gut aus. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Jawohl. So, sichern. Einsatz gespeichert. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Baut noch ein und hier nicht hier. Bereit. Fertig. Ach. Der ist schon fertig. Das ist doch gleich. Ja, Sir. Ich hab da jetzt eine größere U-Boot-Flotte. Hier geht's aber nicht weiter für mich. Nein. In Ordnung. Da ist noch ein. Bestätigt. Bestätigt. Überall stehen die Mistkerle. Sehr gern. Sehr gern. Aber wie ich es habe ich ausreichende Mineralienfelder. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis der platt ist. In Ordnung. Sofort. Wenn's mal wieder länger geholt. Zyklon Begas. Äh. Mach mich fertig. Moment. Wenn ich dich richtig positioniere. Definitiv nicht, definitiv nicht. Abtauchen. Lass weiter weg. Wenn die eine bereit ist, brauchst du noch eine. Hallo, nicht so nah ran fahren. Nicht so nah ran fahren. So genau. Und jetzt auf die andere Einheit. Ich glaube in einzelnen Gruppen sind die Dinger ziemlich effizienter, als wenn du da so einen großen Haufen hast. Und jetzt? Ach, und jetzt wird er abhauen, was? Typisch. Ich fürchte, Schlimmes. Etwa ein Kreuzer? Ich habe zu viel Einheit. Du musst doch mal ran, jung. Wenn ich die U-Boot-Werft zerstöre, hört dann auch die Verstärkungen auf, die die über See bekommen. Also, beziehungsweise diese Kreuzer? Nee, der kann ja nicht hinfahren. Bist du da hinten? Mähenleger. Warum auch immer. Ach, leck mich. Es reicht für heute. Gefechtsführung beendet. Also, ob da unten ist wahrscheinlich noch Erz, aber scheiß drauf. Egal, das war's für heute mit Kommandikum, der Langschuh verruht. Ja. Wir nähern sich langsam dem Ende der offiziellen Kampagnen. Können dann auch endlich mal mit dem Add-On beginnen, mit der Ameisen-Kampagne. Aber das definitiv erst beim nächsten Mal, wenn jetzt sogar erst beim übernächsten Mal. Ja, ich verabschiede mich. Das war's für heute. Ich sag auf Wiedersehen. Das war's für heute.